Ah, schön. Jetzt haben wir also tatsächlich auch ein... Was will sie jetzt gerade eben? Warte mal, warte mal, sie wolle irgendwas. Ach, sie wolle Botengänge, ne? Das ist ein Botengang, glaube ich. Och, Mensch! Wir haben uns einfach schon mit zu vielen Leuten angelegt. Wir bekommen alle zwei Minuten nur noch auf die Fresse, wenn wir hier rumrennen. Totaler Prügelsimulator. Naja, ich möchte mal gleich da natürlich gucken, ob, äh, so, ob die Dame ihren Botengang noch erledigt haben will oder ob die... Ach, verdammt, das wäre mal die Gelegenheit gewesen, irgendwie so ein heißes Schnittchen abzugreifen. Ja, zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ein Skateboard bekommen. Damit kann man sich deutlich schneller durch die Gegend bewerfen. Durch die Gegend bewerfen? Was kommentiere ich eigentlich für ein Dreck zusammen? Durch die Gegend bewegen, ja. Und wenn ich mich recht entsinne, dann ist das auch jetzt so langsam echt... Boah, auf dem Rasen fährt sich nicht gut. Äh, ist das so langsam echt der Punkt, an dem... Also, an der Skateboard kann ich mich noch erinnern, ja? Dass ich das damals mitbekommen habe, als ich das Spiel selbst gezockt habe, im Privaten. Also, so langsam, äh, habe ich bald echt gar keine Ahnung mehr und spiele dann wahrscheinlich noch besser. So, stopp, stopp. Jetzt legt er sich auch noch auf die Fresse, ey. Das ist ja... Stopp, habe ich... So, dankeschön. Habe ich das auch mal hinbekommen. Was bei dir? Okay, schön. Der erzählt Quatsch, aber auch cool. Das Tagebuch wäre die nächste Mission. Mit dieser wunderhübschen Dame. Hey, Beatrice, was ist falsch? Drei Dinge. Erstens, meine Koldstörer sind total wieder aufregend. Was? Eww, witzig. Zweitens, Herr Hadrick sah mich in meiner Diary, während der Klasse, und er hat es und er lockte es in seinem Tisch. Und er sagt, er wird es dem Prinzip morgen geben. Wenn jemand sieht, was in der Klasse, werde ich einfach sterben. Es ist wirklich personal. Ja, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets. Makes your teenage years go by in a flash. Ja, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary, I talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. See, first you rescued my notes from Mandy, and then we fell in love, and you brought me flowers, and wrote me poetry, and showed this kinder, sensitive side, that soon the whole world is gonna know about. We're like doomed lovers. Enough! Okay, I'll get your book back. Then we can kiss. The Koldstörers aren't contagious once they start to scab over. Boah, Alter, ey. Ich glaube, so genau wollte... ...wollte, dass jemand wissen und keine Ahnung, was die gerade im Hintergrund noch irgendwie gequatscht hat, irgendwas über irgendwelche Zeitberechnungen beim Studieren. Jedenfalls betreten wir jetzt die Schule und holen dieses natürlich sehr wahrheitsgemäße Tagebuch zurück, weil ihr erinnert euch ja sicherlich noch daran, wie wir in der letzten Folge im Englischunterricht die schönsten Gedichte der Welt geschrieben haben. Also, wer sich da nicht mehr dran erinnert, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das war, äh, Rosen sind rot, Falchen sind blau. Ich ficke dich, du dummer Pfau. Das war das Gedicht, das wir da geschrieben haben. Ähm, und natürlich mit voller Absicht so vulgär, wie ich das hier gerade eben ausgedrückt habe. Oh, guck mal, Sammelkarten. Das ist ja schön. Ich hab grad auf Y gedrückt und er läuft erstmal zwei Stunden gegen die Wand. Okay, das hat er toll gemacht. Suche Mathematikraum. Oh, da wären wir gleich fast in einen der Principles reingerannt. Wenn der sich jetzt nicht umdreht, ist alles cool. Japp, das hat erschreckenderweise sehr, sehr gut funktioniert. Mathematikraum, Tür. Ja, öffne doch. Alter. Alter, was ist los? Versuche es im Lehrerzimmer. Aber gerade eben wollte der aus irgendeinem Grund nicht die, ich will jetzt nicht sagen Scheißtüre, weil ich hab ja schon Ficken vor einer Minute gesagt. Und immer wenn ich Ficken sag, dann geht mein Schimpfwort-Counter, geht dann hoch. Und oh, jetzt wurde ich auch noch hier von irgendeinem entdeckt, ey. Das ist ja wohl echt ein Witz. Kurz mal auf den A-Knopf gehämmert wie ein Geistesgestörter. Geht's hier hoch? Oder muss ich einfach die... Ne, runter, runter. Okay, runter. Das muss ich mir jetzt immer merken. Es gibt Treppen. Man kann runter oder nach oben gehen. Ja, ja, ne, so, so sieht's aus. Wow, das wäre fast bitterböse ausgegangen gerade eben. Aber zum Glück haben die ja alle echt, also die, die, die rauchen wahrscheinlich auch noch und haben noch irgendwie dreifach, fünffaches Asthma. Also, da sind keine Sprintfähigkeiten da, ganz im Gegensatz zu uns. Stuffroom, warum haben wir Mathematikroom am Anfang geschaut? Mathematikroom. Die haben aber echt, äh, ne, also, wenn man sich das hier mal so anschaut, das ist schon, schon ganz, ganz entspanntes Lehrerzimmer. Vor allem so ein bisschen so im alten Stil eingerichtet. Würde mich nicht wundern, wenn ich ein paar Rohrstöcke hier noch finde. Tagebuch nehmen. Oh, sexy. Dieser neue, oh, das, das war, das war super. Warte, das muss ich mit meiner, muss ich mit meiner verliebten Mädchenstimme vorlesen. Die kann ich noch von meiner 12. Klasse. Dort hatte ich eine, äh, sexuelle, sehr schwierige Orientierungsphase. Nein, Spaß beiseite. Dieser neue, Jimmy, ist echt übel. Schlechte Zähne, schlechte Haare, schlechter Atem, schlechte Manieren. Aber er hat irgendwie etwas Verführerisches an sich. Ich habe Bucky von meinen Gefühlen erzählt. Und er war nicht gerade begeistert. Das macht mich traurig, weil Bucky immer ein guter Freund für mich war. Und mich der Gedanke, dass ihn etwas oder jemand schlecht behandelt, ganz krank macht. Bucky ist übrigens mein Toaster. Oh, ich wusste es. Als ich heute an Jimmy vorbeigegangen bin, hat er mich angesehen. Er ist ja so ein freies Radikal. Ich würde zu gerne seine Elektronen paaren. Allein bei den Gedanken an diese süße, organische Verbindung bekomme ich eine Gänsehaut. Und mein Toaster auch. Kann man umblättern? Ich würde gerne umblättern. Ach, scheiße. Irgendwie kann man, glaube ich, echt nicht um... Ich probiere es hier nochmal im Inventar oder so. Nee, ich kann es auch nicht nochmal anklicken. Ja, wahrscheinlich konnte man nicht umblättern. Schade drum. Aber das war ja bisher eine höchst spannende Geschichte. Findet ihr nicht? Ja, ich tue nichts hier. Ich laufe hier nur rum. Es wird ja mal... Also ich finde das immer wieder von Neuem sehr dreist, dass hier keine Spaziergänge erlaubt sind. Nachts. Ja? Man muss ja vielleicht nochmal ab und zu seinen Kopf frei bekommen. So, jetzt kann ich hier aber eigentlich auch ohne Probleme das Skateboard auswählen. Und dadurch sind die eh nochmal 5366 Ecken. Langsam, Mama. Langsam, Mama, Mama. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht irgendwie verzettelt. Jetzt, Moment mal hier. Ich bin gerade komplett auf der falschen Route, oder? Kann das sein? Ja, bin ich. Gut, dass ich das auch mal erkannt habe. Warum hat eigentlich noch nie jemand einen Sport? Warte, warte. Das machen wir so. Wir können nämlich hier... Oh! Oh! Oh, oi, 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 oi. Das war aber gerade eben eine knappe Nummer, ey. Ach, der rennt uns auch noch weiter hinterher. Was ist bei dem los, ey? Der ist ja richtig... Richtig in Topform. So, jetzt. Einfach einmal rum. Und dann hat er auch direkt keine Ahnung mehr, wo wir sind. Oh, wieso denn jedes Mal? Danke, für mein Partner für dieses Projekt. Danke, für mein Partner für dieses Projekt. Okay. Alles klar. Also, für die nächsten Missionen müssen wir mal wieder uns eine Runde in die Koje legen. Schön, dass das jetzt hier endlich mal funktioniert, ey. Also, ich hab echt schon mit Bully nicht an meinen Let's Play-technischen Qualitäten gezweifelt, aber an meinen spielerischen, weil das ja vom Skill her absolut bescheiden war. Aber das sagt wohl wirklich daran, dass die ersten beiden Aufnahmerunden in großer Hektik und stark zwischen Tür und Angel entstanden sind. Jetzt werde ich aber mal schnell, bevor ich pennen gehe, speichere ich eine Runde. Zack, das mache ich einfach mal zwischen der Session. Ich weiß nicht genau, warum, aber... Weil das Speichermenü ist so hübsch, das muss man sich auch ab und zu mal anschauen. Und dann legen wir uns pennen, begleitet von den wunderschönen Chorgesängen der Mäuse, die sich im Gebälk dieser Schule herumtreiben. Ja, ja, so ist das. Und da haben wir auch direkt den nächsten Missionsstern. Ich freu mich, ich freu mich, wollte ich sagen. Ach, ist ja, stimmt, heute ist ja das Neue, oder heute ist Halloween. Hab ich das noch, hab ich das noch gehabt in meinem... Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man ein Spiel nicht komplett durchgespielt hat und es dann als Played. Man weiß irgendwie nie genau, hab ich jetzt bis hierhin gespielt oder bis dorthin, aber... Das ist ja eigentlich auch an sich komplett senfegal, ja. Wo ist denn der Stern? Der ist irgendwo da hinten. Okay, da hat gerade irgendjemand, was über das Zentrum des Universums ist, geredet, aber es ist, glaube ich, echt Halloween. Oh, verkleiden wir uns jetzt vielleicht als Batman. Äh, sag mal, ich hab echt, ich hab die ganze Schule schon am Nacken hier. Ist mir zwar irgendwie völlig egal, weil ich bin krass drauf, aber ich würde gerne noch in Ruhe zu der Mission laufen können. Der Kandidat. Für eine Penisverlängerung ist aufi. Move, nerd! How original. Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. All right, you ask, boy. What's this? Class... Pre-s-den... Class president, dummy. It says class president. I don't know. That's you? I'm the most suitable candidate I know. Yeah, so's your mom. Yeah, right. Oh, no! Oh! Don't forget to wipe. How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you? Pay me? Now you're talking. I always knew I was a born leader. Yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win. Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate. Oh, oh. Unless I had a security manager. Oh, oh, please, 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 please. They cost a lot of money. Oh, I have money. I can pay you. Good. I've always been a politician at heart. Geh zum Balkon der Aula. Ernest beginnt gleich mit seiner Rede. Ah, guck mal. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich auch wieder, hätte ich das nicht rausgefunden, hätte ich jetzt auch wieder acht Stunden gebraucht, um zu merken, dass der Balkon, Balkon, sich auf der oberen Etage dieses Schulgebäudes befindet. Habe ich aber mitbekommen jetzt, ja, also macht euch keine Sorgen. Kethos hat das, hat das alles im Blick, ne? Pass auf Ernest auf, während er seine Rede hält. Okay, also die Flaggen wirken absolut nicht so, als wäre Hitler wieder am Start, ne? Pff, nee, äh, 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 Ernest, alles cool. Okay, ich kann hier ranzoomen und ich kann schießen. Warte, hier kommt gerade jemand. Hau ab, mein Freund, du Unkupferstecher. Ernest hat den besten Sicherheitschef, den ist jemals grab. Und währenddessen zieht euch einfach die Rede rein. Ich hab, kann da jetzt gerade nicht drauf achten. Ich muss mich unglaublich konzentrieren. Und zwar wirklich so richtig, richtig krass, ne? Ja, Rettung ist nah, Freunde. Gut, das habe ich noch gelesen. Wo, wo ist er, wo ist er? Hier unten, aber das habe ich auch direkt im Lauf, habe ich ihn noch getroffen. Kann ich auch ihn abschießen? Okay, Entschuldigung. Ich wollte es nur ausprobieren. Ich wollte es nur mal ausprobieren, ob das denn auch klappt, ja? Ich bin zwar sein Sicherheitschef, aber zumindest einmal, ne, so ein bisschen, ein bisschen drauf, äh, muss ja auch erlaubt sein. Ah, alter Vater, ey, das ist jetzt aber echt irgendwie mit dem Controller nicht so unglaublich optimal, wie ich finde. Haben wir ihn? Den haben wir auch noch, dann ist hier, äh, rechts auch nochmal einer und ist oben noch... Ja, wieso habe ich den denn... Ich habe doch abgefeuert, Mensch! Jimmy, trink mal Zielwasser! Wir sind natürlich ein bisschen schneller, wenn wir weiter rausgesoomt haben, als wenn wir nah dran sind. Vielleicht probiere ich es einfach mal so. Aber ist ja auch alles okay, dass sie auch einfach auf die Bühne rennen können, ne? Kein leerer Anwesen, kein nix. Und jetzt redet er über Sport. Das ist, äh, toller Typ. Oh, was geht mit dem hier? Da müssen wir mehrmals drauf, alles klar. Hat auch schon ausgereicht, aber er hat gar nicht mehr... Oh, 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 oh. Er hat gar nicht mehr so viel Leben. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir hier, äh, stramm am Stizzle bleiben. Und uns keine fiesen Fehler mehr erlauben. Ja, es ist echt schwierig bei dem PC-Port. Also manche Missionen könnte man eindeutig irgendwie besser mit, äh, Tastatur regeln. Äh, mit Maus und Tastatur. Andere einfach, also die meisten besser mit Controller. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier die Maus nehmen würde. Das probiere ich jetzt besser nicht in der Mission aus. Das wollte ich nämlich gerade eben, aber das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil da habe ich mein Ende nicht mehr am Controller. So, ist hier noch irgendwo jemand? Da unten kommt noch mal jemand reingerannt. Aber das war's. Yeah, wuuuuh, da waren aber viele anwesend, ey. Und wir kriegen gerade, glaube ich, nur Streberespekt plus. Also am Ende sind wir echt so der Messias, der, der Nerds. Drücke zweimal, um das Zielfernrohr zu aktivieren. Das ist ja echt, guck mal, da können wir ja einfach so, zack. Voll ins Gesicht und nochmal ins Gesicht. Und dann fällt er hin und dann nochmal auf den Boden. Ist das nicht ein Traum? Richtig tolles Hobby. Nächste Mission befindet sich, äh, wieder in, äh, diese Richtung. Jetzt, oh man, jetzt haben wir ja wieder irgendwie so ein Principal, der... Nee, 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 Entschuldigung, du siehst mir, ich bin, bin oberflächlich in dem Spiel, was die Bodengänge angeht, ja. Da möchte ich echt mal, ich möchte so eine heiße Cheerleaderin auch irgendwie abgraben, ja. Das muss, muss schon noch irgendwie sein. Ihr, äh, prügelt euch schön mal. Ich, ich würde gern, würde gern zur Mission. Ich glaube, die nächste Missi ist auch... Nee, ist ein Boy Storm. Ich vergesse immer, dass Boy Storm rechts von der Seite aus ist und, äh, Girl Storm links von der anderen Seite aus. Aber, ich bitte euch, ja. Jetzt bin ich wenigstens gut im Spiel, dann, äh, kann ich nicht auch noch einen Orientierungssinn besitzen. Das wäre ein bisschen zu viel. Und man kann hier ja auch den Alarm auslösen. Das wurde mir geschrieben, dass ich das mal machen soll. Ich mach's einfach mal. Dann rennen alle weg. Das ist ja, ähm, krass irgendwo, ne, dass dann alle... Oh, Gary, das find ich halt dann wiederum sehr geil, dass die Hauptcharaktere auch so... Ja, ich weiß, ihr habt grad nerviges Klingeln in den Ohren. Ich hab auch, ist kein Tinnitus. Äh, dass die Hauptcharaktere halt auch so eingebunden sind, dass man sie nicht nur in den Missionen sieht, sondern halt auch so nebenbei. Und jetzt geht's los mit der Halloween-Mission. Von Bully, die Ehrengründe. Hey, what's going on? Not much. I was just lying here, wishing I could be more like you. Whatever. But, I'm cursed. Yeah, really? Yeah. Cursed by brains? Do you know what torture it is to be thinking? All the time? No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever. What else is going on? Not much. Let me see. It's Halloween. All the prefects are at some party and the teachers are entertaining. I use that word loosely, the kids. No, I'd say the opportunities for fun are pretty much nil. What do you have in mind? Come on, you'll see. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er einen Nazi-Offizier darstellen will oder einen Polizist. Oder einen Pilot. Oder vielleicht alle drei Sachen zusammen. Naja, vielleicht, guck mal, der da hinten hat gerade einen Anfall. Habt ihr das gesehen? Krasser Typ. Äh, ja, also wir wollen hier ein bisschen Spaß in die Sache mit reinbringen, als kleines Skeletto. Zusammen mit unserem Oberstabsoffizier, Polizei, Feldwebel, Piloten, Gary.